Schauen wir mal auf die Punkte. Ja, ich habe es schon gesehen. Katastrophe. Oh, das war Kante. Ah, blöder Ball. Hast du Lust auf den noch ohne Tischtennis? Ja, lassen wir mal ein bisschen. Ohne Tisch. Ohne Tisch, wir haben leider keinen Tisch. Okay, probieren wir es mal. Können wir uns nicht leisten? Nein, du hast den Ball nicht getroffen. Oh no. Warte mal, wo ist der Ball? Da hinten? Ralf, verschiebt den ganzen Tisch. So, jetzt geht der weit. Hast du den Ball? Okay, schieß ihn zu mir. Oh, der war verklebt. Oh, das war ein Punkt für mich. Und wo ist der Ball hin? Hab ihn. Ha, du bist ein Zauberer. Lass es nochmal probieren. Denk jetzt so. Das funktioniert einfach nicht. Hey Ralf. Ja. Also ich habe jetzt eigentlich schon Bock richtig Tischtennis zu spielen. Eigentlich schon. Es ist irgendwie nichts ganzes. Es ist nichts halbes. Na, in Rocket Fury gibt es jetzt den Multiplayer-Modus. Lass uns den nochmal ausprobieren. Ey, cool. Da bin ich sofort dabei. Alles klar. Los geht's. Also 4-8. Ja. 7-0-1. 7-0-1. Join. Jawoll. Ready. Rettich. 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 Warmer brauchen wir nicht, oder Ralf? Natürlich nicht. Wir starten. Wir starten. Ja. Bereit für deine Niederlage. Ich bin immer bereit für meine Niederlage. Bist du bereit für deine Niederlage? Nein, echt nicht. Oh no. 1-1. Yes. So kann es weitergehen. Oh, der war fiss. Und er erwischt ihn sogar noch. Ha. Boah. Du hast denn den geschossen? Keine Ahnung. Er hat plötzlich irgendwie gelegt bei mir. Oh no. Okay, das war eh nett. Hä, nett? Ja. Weil du beim Aufschlag das Netz berührt hast. Uh, der war fies. Ich hab auch noch berührt. Gibt's doch nichts. Oh no. Der war so cool gespielt. Voll ans Netz und so. Aber... Ah, das ist ja fix. Oh ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Oh ja, jetzt geht's los. Oh ja, jetzt geht's los. Du sagst es, Ralf. Jetzt kommen die Drückspiele raus. Verdammt. Bäm, bäm, bäm. Boah. Au. Da war irgendwas hinter mir. Oh, das ist schlecht. Oh, das ist schlecht. Bäm, bäm, bäm. Räumen Sie bitte alle Hindernisse aus dem Weg beim Vorherschütteln. Ja, ich wollte den Ball so ausweichen. Bin nach hinten gegangen. Schritt. Ach, shit. Manchmal ist das schon ein bisschen zu realistisch. Ja. Ich hab nie mehr gekriegt, dass du schon spielst. Verdammt. Katastrophe. Konzentrier dich jetzt, Ralf. So, erstes Set geht an mich. Wohl verdient. Wohl verdient. Das wird doch dein einziges Set bleiben. Okay. Okay, schauen wir mal. Okay. Oh nein. Nein. Zu viel Kraft, Herr Burr. Jawohl. Oh, der gleiche wieder. Er hat meine Schwäche rausgefunden. Ja. Nein, der war noch in der Kante. Aber gerade noch so. Nein. Boah. Jawohl. Verdammt. Oh, der wäre so schön gewesen. Der wäre echt schön gewesen, ja. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Jedes Mal, wenn ich dann so einen schnell machen will, verkack ich's. Oh. Schau. Kann die nicht. Muss ich noch ein bisschen üben. Oh. Defix. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Konzentration. Jawohl. Jawohl. Das Blatt wendet sich. Nein. Das wendet sich nicht. Jawohl. Das ist ein richtig hart Fan von mir. Nein. Warum? Warum? Ich hab gedacht, der geht drüber. Okay. Ich hab gedacht. Set 3. Der war drüber. Der war auch drüber. So kannst du weitermachen, Rolf. Ne, ne, ne. Muss nicht sein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich weiß, wir schäben ihn in der Luft, aber so weit oben auch wieder nicht. Oh nein. Oh nein. Der hat wieder auf den Tisch hochgehüpft. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Der wollte einen schmettern, hey. Schmettern ist immer gut. Jawohl. Wie ihr die Hand schaut. Das ist geil. Man hat es jetzt genau gesehen, so. Ups. Vor allem, ich wollte gerade mit der linken Hand schlagen. Super. Oh. Scheiße. Jawohl. Jetzt hat es schon mehr. Jawohl. Jetzt hat es was. Ach. Oh. Der war fies, ne. Schnauze. Jetzt wird der Agro. Schnauze. Nein. Seht fix. Ach. Come on. Es wendet sich wieder. Ja. Oh. Oh. Lett war das. Ich lobe den Tag nicht vor den Abend, Ralf. Ich finde Revanche. Okay. Revanche. Jawohl. Ich habe 11 XP gekriegt. Und 27 Coins. Accept Rematch. Start. Verlierer darf anfangen. Oh, scheiße. Ich habe den Ball. Du bist ja auch der Verlierer. Ja. Ja. Hey, du spielst hier gegen einen Bot, okay? Gegen einen Tischtennis-Bot. Der ist unbesiegbar. Oh, let's continue. Ich darf mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Nämlich. Sonst versage ich. Gnadenlos. Und das ist live aufgegriffen. Das wird dann bestimmt rausgeschnitten. Das wird dann alles rausgeschnitten, ja. Da kommen nur die guten Sachen von mir rein. Also nichts. Also nichts ist scheiße, gell? Mache ich keine Videos mehr. Scheiße. Bam! Oh, schade. Oh. Sehr nice. Close enough. Oh, ich habe gedacht, der geht mal auf die Ecke. Hoppala. Was war das jetzt? Der ist voll, voll merkwürdig weggeglitscht. Genau, nennen wir es mal wegglitschen. Ja, nennen wir es wegglitschen. Oh. Oder das Tracking hat versorgt. Genau. Die Sonne hat weggeblendet. Bam! Nein! Oh, oh. Konzentration. Den ganzen Körper zu bewegen. Mist. Tuschi-Tüte, Tuschi. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Verlauter. Bam, bam, bam. Jawoll. Sehr nice. Nein! So. Nichts so. Sieg ist mein. Ach, Mann, hey. Ja, ich... Es sei dir gegönnt, Ralf. Es sei dir gegönnt. Yeah. Oh, yeah. Oh. Nein! Jawoll. Fängt ja ganz schnell an. Ich hoffe, ich merke es nicht. Ja. Steht fix. Ich brauche mehr Gefühl. Nein! Jetzt macht er mich alle. Die ist schon klar, wenn du das jetzt gewinnst, müssen wir nochmal ein Spiel machen. Shall we begin? Achso, ja. Ach, C-Fix. Jawoll. Ich hasse diese scheiß Kantentreffer. Die sind echt scheiße. Normalerweise entschuldigt man sich dann dafür, gell? Sorry. Nicht bei uns. Nicht bei uns. Boah. Der war fies. Der war... Hammer. Der war mega. So wie ich. Du bist der Hammer, oder was? Hey, C-Fix, jetzt lenkst du mich ab. Was machst du mit Absicht? Ach, nein. Schau mal auf die Punkte. Ja, ich habe schon gesehen. Katastrophe. Oh, das war Kante. Jetzt werde ich... Ah, blöder Ball. Okay. Das ist jetzt halt die Revanche. Auf die Revanche. Auf die Revanche. Ja. Ja. Uh, Level aufgestiegen. Okay. Start. Uh. 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 Der Ralf ist jetzt richtig warm geworden hier. Jetzt macht er mich fertig. Uh. Oh, ja. Und meine Tischtenniskünste für den Arsch. Uh. Jawoll. Jetzt werde ich das übermutig. Sehr nice. Ich berühre dir mit dem Ball bis leicht und der eskaliert. Boah, der hat einen Drall gehabt, ja. Puh. Ich habe gedacht, das wird wieder Kante. Fang ich mit der Brust. Ich weiß nicht, ob so ein Plastikball gegen Stahl, ob das so effektiv ist. Ja, den zerdrückst du halt voll dann, gell? Ja. Nein. Jetzt ist meine Konzentration weg hier. Man merkt nicht sehr lange gehalten. Nur ein Match lang konnte ich mich konzentrieren. Danach hat der Ralf seine Psychospielchen gemacht und ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Gibt's ja nicht. So. Okay. Puh. 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 Brauchst du in Fall Schnaufpause, alter Mann? Nein. So alt bin ich auch wieder nicht. Ich weiß. Nein. Puh. Der wäre fies gewesen. Ja, ein bisschen. Jawohl. Heizer. Muss ich aufpassen, weil ich spiele. Jawohl. Nein. Fien. Oder war... Ey, knapp. Ich konnte die Kante schon hören. Ich habe das Katzen gehört. Wie kommt denn Scheißkanten immer? Jetzt will ich doch jetzt ein Fien hin. Jawohl. Boah. Ja. Ja. Puh. Ich bekomme den zweiten. I'm so sorry, Ralf. I'm so sorry. I'm so excited. No, I am. Don't. Ich muss ein bisschen nach vorne gehen. Bam, bam, bam. Spannendste Match ever. Ach komm. Jetzt geht es um alles. Ja, jetzt geht es um die Wurst. Und ich verkack wieder. Jedes Mal, wenn es um die Wurst geht. Ich kann unter Druck nicht arbeiten. Ich mag das schon. Jawohl. Das war so schön. Ja, das war echt schön. Let's continue. Nein. No. Fuck. Fuck. Okay, Concentration. Super. Oh no. Da hilft die ganze Concentration nix mehr. No. Okay, Ralf. Aber ich gönne es dir auf jeden Fall. Danke, danke. Oh, das gibt's ja nicht. Pfff. Oh no. Das war zu einfach. Oh man. Ja, Leute. Das war unser Racket Fury Match. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann lasst bitte einen Daumen hoch da. Und vergesst bitte das Abo nicht. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao. Ciao. Der Ralf sagt auch Ciao. Ciao. Ich hab dich bloß nicht gesehen. Das Menü hat dich versteckt. Ja, das ist ein bisschen blöd. Das müsste ein bisschen durchsichtig sein oder so. Das ist ein bisschen blöd. Und da ist ein bisschen blöd. Ich habe mich auch in der Lage. Vielen Dank.